Liebe Valerie, eine Mannschaft ist immer nur so gut wie ihre Fans. Und du warst ein Grund für uns, immer alles zu geben. Wir haben zu dir aufgeschaut, vor allem der Philipp Lahm. Und du warst immer ein Teil des Siegs. Denn sagen wir mal, in jeder Frau steckt das Sie-Gen. Verstehst?